Der Arzt von Michael Jackson hat sich erstmals öffentlich geäußert und alle Schuld bestritten. Glaube ich ihm. Warum soll er seinen einzigen Patienten, ähm, hm, also so schlecht behandeln, dass er ihn los wird? Denn wenn jemand Michael Jackson nicht los werden wollte, dann die Ärzte. Ich glaube, die hatten die Idee mit den Operationen. Er hatte Schmerzmittel genommen, die nicht mehr wirkten, da haben sie ihm das Licht zum Lächeln umgestaltet. Das hilft dir wirklich. Lächeln verbessert die Laune. Morgen geht's weiter.